Hallo, schön dich zu sehen. Nico und Lilly haben sich überlegt, nach Hamburg zu fahren. Dort soll es sehr schön sein. Weil Lilly so langweilig ist, hat sie angefangen, die Schilder auf dem Weg zu zählen. Nico macht dasselbe. Mal sehen, ob sie beide gleich viele Schilder gezählt haben. In Hamburg angekommen, gehen die beiden erst mal ein Eis essen. Lilly sagt, dass sie 138 Schilder gezählt hat. Nico hingegen hat 80 Schilder gezählt. Jetzt wollen die beiden herausfinden, wie viele Schilder Lilly mehr gezählt hat. Deshalb müssen wir daraus eine Subtraktionsaufgabe machen. Wir rechnen also 138 minus 80 gleich wie viel? Hm, ganz schön schwierig. Wir versuchen mal gemeinsam zu rechnen. Wenn wir über den Hunderter subtrahieren wollen, dann gibt es dafür eine einfache Regel. Damit es für uns einfacher ist, subtrahieren wir zunächst bis zum nächsten Hunderter. Wir rechnen immer von links nach rechts. Wir beginnen hier mit dem Zehner, da wir nur einen Hunderter haben. Das würde dann so aussehen. 138 minus 38 gleich 100. Jetzt fehlt uns noch der Rest von den 80. 80 minus 38 sind 42. Jetzt rechnen wir im zweiten Schritt so. 100 minus 42 gleich 58. Das Ergebnis lautet also 138 minus 80 gleich 58. Nico und Lilly wissen jetzt, dass Lilly 58 Schilder mehr gezählt hat als Nico. Um herauszufinden, ob sie wirklich richtig gerechnet haben, können wir die sogenannte Umkehrprobe machen. Die sieht so aus. Du nimmst das Ergebnis, hier 58, und adiest sie zum Subtrahenten 80. Wir rechnen also 58 plus 80 gleich 138. Klasse! Lilly und Nico haben beim Eisessen auch gezählt, wie viele Menschen an ihnen vorbeilaufen. Nico hat 230 Menschen gezählt und Lilly 180. Jetzt wollen sie wieder den Unterschied ausrechnen. Sie rechnen also folgendermaßen. 230 minus 180 gleich wie viel. Da wir hier zwei Hunderter haben, ziehen wir die zuerst voneinander ab. Wir rechnen also 230 minus 100 gleich 130. Im nächsten Schritt subtrahieren wir wieder bis zum Hunderter. Das heißt, wir nehmen jetzt den Zehner 80 und zerteilen ihn, indem wir zuerst 130 minus 30 gleich 100 rechnen. Von der 80 bleiben nur noch 50 übrig. Deshalb rechnen wir im letzten Schritt 100 minus 50 gleich 50. Das Ergebnis lautet also 50. Auch hier können wir wieder die Umkehrprobe machen. Wir rechnen 50 plus 180 gleich 230. Super! Richtig gerechnet! Nico hat also 50 Personen mehr gezählt als Lilly. Wir merken uns also, wenn wir über den Hunderter subtrahieren, dann rechnen wir von links nach rechts. Erstens. Zuerst ziehen wir die Hunderter voneinander ab. Zweitens. Wir teilen den Subtrahenten und rechnen bis zum Hunderter. Drittens. Wir nehmen den Rest des Subtrahenten und ziehen ihn ab. Viertens. Mit der Umkehraufgabe überprüfen wir unser Ergebnis. Puh, das war aber ein anstrengender Tag. Nico ist so müde, dass seine Sensoren schon durchdrehen. Deshalb gehen die beiden jetzt auch schlafen. Mir hat es heute sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020